hallo youtube ich würde sagen hallo zu einer neuen folge bester fehl tower crash sound und so müsste eigentlich ganz leise sein also man kann nur hier aus und anschalten ich muss einen kurzen tappen so gut da bin ich wieder ich habe mir kurz das tut ihr angeguckt hier schnell durchs lauf man kann mehr spieler ich weiß nicht ob wir später dann wenn ja jetzt noch mal das total ob wir damit gegeneinander nehmen kann also wenn ich gegen dich so sorry dass ich manchmal so mache mit meinen söhnen was ist das hilfe so nein mein turm ich habe es gut mein Leben im Schaub 4 gut und das ist jetzt auch stoppen ich lasse es einfach mal mh pannier ja sorry dass ich so leise bin sorry sorry ich kann mich nicht mehr entschuldigen um nur sorry zu sagen ich würd sagen ihr geht beide da drauf so meine aufnahme ist jetzt schon ein schwindel nach so waaas what the fuck wie stark ist die hier noch auf alter komm mal runter bitte ich hab erstmal neue sachen kauf weiter ohne geht ja gar nicht wo sie ich mein grund ach ein tor wo dann habe ich ein mega super ein super strahl um wieder unten dann noch hier ohne kochen jetzt bin ich ausgestattet. Hier weide die Da drauf. Du willst sowas. Was? Ach. So, einfach gewinnen wir auch noch den nächsten Kampf. Ja, noch einen Kampf machen wir, dann upgraden wir direkt wieder. Oh fuck, ich hab noch mal ein paar Ziele ausgewählt. Oh shit. Okay, jetzt würde ich sagen, wir gehen in den Job. Oh fucking Werbung. Oh shit. 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 Beistatus. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Und dann könnt ihr mir Spielvorschläge in die Kommentare schreiben. Ja. Dann würde ich sagen ciao. Leute!